Wenn ich am Boden meinen Mann sichern möchte, bevorzuge ich so genannte Neon Belly. Das erschwert meinen Gegner von mir wegzuschrimpen. Die Seite, wie gesagt, das Knie ist auf dem Bauch, ich habe hier Gewicht auf meinem Gegner. Das Bein stelle ich auf und meine linke Hand wird sich um seine Hüfte zu sichern, damit er eben weg kann, damit er sich nicht viel bewegen kann. Um hier jemanden zu finishen mit Ground and Pout, verschiedene Schlagtechniken, man kann natürlich Karten schlagen, wichtig ist, aber dass man sein ganzes Körpergewicht mitnimmt und nicht nur aus dem Arm schlägt. Man hat die Hammerfists hier von oben oder hier eben diese Ellbögen, die die abstützen, fallen lassen oder auch raus holen.